Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4, das Remake auf der PS5. Wir müssen jetzt gucken, wie wir da oben die Tür aufbekommen. Die Leiter haben wir hier uns freigeschalten, das war sehr gut. Unten haben wir jetzt, meine ich, alles eingesammelt, weswegen wir hier gucken können, wie wir das anstellen. Ich glaube nicht, dass ich... Ne, das haben wir ja jetzt schon... Ach, guck mal, ich dachte, das wäre auf Zeit, aber das bleibt einfach, gell? Wartet mal. Wenn das einfach bleibt, kann ich hier doch einfach rüber. Upsala. Oh, der Ashley bleibt drüben. Kann ich hier einfach... Ja, okay, ich dachte, das wäre komplizierter. Nein, warte, ich komme rüber zu dir. Oder sie kommt rüber zu mir. Sehr gut. Ah, ich habe... Ich will gar nicht wissen, was jetzt alles passiert mit uns. Aber da ist noch eine Vase. Die köpfen wir. Bam. Das war sehr gut. Oh mein Gott, ja. Ich nehme so, so gerne Flintenmoni entgegen. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben ja jetzt... Guckt euch das an. Wir haben diesen coolen Schulterstütze jetzt für unsere Waffe. Wieso stehen die hier... Wieso hängen hier so Statuen runter? Das ist super komisch. So, was haben wir hier? Oh ja! Gib mir mehr, Flinti! Super gut. So, wir sind mal hier ganz vorsichtig. Hi. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Schienen Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nö. Nicht der schon wieder. Ich habe dir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Oh Mann. Nee, nee, nee. Ich präsentiere. Der Ätherritter beschützt die schöne Prinzessin. Okay. Und jetzt? Passiert jetzt was? Müssen wir hier lang? Wahrscheinlich, ne? Das sieht irgendwie so aus, als müssten wir da lang. Ähm. Erstmal umgucken. Also hier ist jetzt weiter nichts. Hier ist der rote Teppich. Der führt uns wahrscheinlich durch das ganze Schloss. Nee, keine Ahnung. Okay, hier geht es auch noch weiter. Wo kommen wir denn jetzt nicht durch? Da kommen wir durch. Ach, du Kacke. Ja, hi. Warte mal. Ähm. Kommen wir hier lang? Vielleicht? Nee, ne? Doch. Ach. Aha. Aha. Abkürzung. Nach hier. Okay. I see. Okay. Also wir haben nur einen Weg, den wir gehen können. Ach, guck mal. Hier ist noch eine Tür. Oh. Das nehme ich doch. Das ist nett. Ich meine, wir haben zwar jetzt die Abkürzung und da ist auch noch ein Speicherpunkt. Aber hey. Alles, alles gut. Hier haben wir was zu lesen. Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Dikrosoellium. Dikrosoellium. Keine Ahnung. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Das ist schon ziemlich abartig. Thermatoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leukochloridium. Die Sporozysten. Dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Plattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Habe ich aber auch schon einiges zugehört. Ist ganz schön unangenehm. Ich habe da auch schon Bilder zu gesehen. Äh. Nicht so geil. Ähm. Was ich jetzt aber machen werde, mal, weil ich einfach keinen Platz habe. Weg mit euch. Ja, ich kann die wieder basteln. Da haben wir nur zwei. Weg mit euch. So. Wir haben ein bisschen Platz dadurch gemacht. Ein bisschen. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Die haben mich ein bisschen sehr genervt, die Sachen. Komme ich hier weiter? Nope. Okay. Also. Gehen wir mal zu dem tollen Wassergedöns hier. Wo schon ein paar Leutchen auf uns warten. Ähm. Geh mal ein Stück zurück. Vorsichtshalber. So. Da oben ist jemand. Der ist direkt umgefallen. Das finde ich gut. Sonst sehe ich niemanden. Gerade, oder? Nee, gerade nicht. So. Was haben wir denn hier? Noch eine Vase. Komm mal wieder zu mir. Bitte. Das war nur eine Vorsichtsmaßnahme für dich. Oh. Ich höre Musik. Ich höre Stimmen. Oder? Ja. Magnum. Geil. Was? Wo denn? Ah, die Unterhaltung. So. Wir gehen denen entgegen. Ich höre noch was. Ach da. Oh Gott. So. Ach, komm. Da oben. Okay. Noch was? Noch was? Geht's dir gut? Ja, schon. Alles in Ordnung bei mir. So, da liegen noch Sachen. Wir können hier noch Zeug einsammeln. Das machen wir. Machen wir. Machen wir. Oder? Nee, ach, das waren die Dinge, die ich kaputt gemacht habe. Hier liegt noch was. Oh, Kraut. Nice. Nice, nice. Ähm. Von wo höre ich den denn? Von da. Von unten? Also ich höre auf jeden Fall noch wen. Aber ich weiß noch nicht ganz von wo. Wir werden es schon rausfinden. Solange sammle ich hier nochmal... Oh, ein bisschen Granaten ein, ne? Okay, das war's. Ich höre die aus allen Richtungen gefühlt gerade. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir gehen aber mal ein Stückchen weiter runter. So. Können wir hier runter gehen? Ja, eigentlich schon. Schau doch mal. Ups. So, wir schießen mal so viele, wir können ab. Echt jetzt? Ja, sind ein paar, ne? Sad life. Die kommen nach oben. Wir haben Blendgranaten. Gucke mal. Kommen die nach oben? Ne, die können nicht nach oben kommen, oder? Wo laufen die denn jetzt lang? Gehen die jetzt spazieren oder so? Wo sind die dann jetzt? Ich habe keine Idee, was die gerade machen. Hä? Wo sind die denn jetzt hingelaufen? Ach, die rennen da einfach immer noch rum. Wollen wir mal runter gehen? Ich habe nicht mehr so viel Leben. Wir können mal die Viper essen. So. Au. Au, au, au. Wir haben noch zwei. Oh, da hat er den Arm verloren. Ja, was machst du jetzt? Stehst rum. Oh Gott, nein. Okay. Kommen wir da zu mir? Gut. Ähm, Kraut vielleicht nochmal. Wäre voll nett irgendwie. So ein grünes. Würde ich begrüßen. Grünes Kraut. So. Ah, guck mal. Da haben wir das, was wir brauchen. Hier ist noch eine Vase. So. Das nehmen wir uns mit. Her damit. Damit sollte es gehen. Okay. Gucken wir gleich mal, was wir damit erreichen. Noch weiß ist irgendwie nicht so genau. Ich finde die Geräusche hier absolut unangenehm. Absolut unangenehm. So, hier können wir auf jeden Fall was machen. Wir können das aber oben auch nochmal benutzen, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ähm. Okay, wir haben es wieder mitgenommen. Von wo haben wir die denn jetzt gehört? Von oben. Ähm, wir gehen mal wieder hoch. Ja, alles ist gut. Schrei doch nicht so. Oh, 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 oh. Don't do this to me. Ach, komm. So. Alles noch gut. Alles noch gut. Wir können uns verteidigen. Wir können uns verteidigen. Oh fuck. Oh fuck. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ich hasse die mit ihren blöden... ...Gedöns ist da. Treff doch! Ich geh nicht mehr auf den Keks, ey. Oh, ich hab dir in den Kopf geschossen. Ist da jetzt noch wer? Ja. Ich find's süß, wie sie sich die Ohren zuhält, die Ashley. Ey, das war voll der Schädel. So langsam geht uns auch wieder die Muni aus. Obwohl wir eigentlich jetzt gut was gefunden haben. Da liegt noch was für uns. Ein bisschen Munition. Ähm, da unten liegt nichts mehr. So, dann drehen wir mal am Rädchen. Da liegt noch Geld. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Wir haben gar keine Rohstoffe. Doch, haben wir! So. Wir haben einmal Rohstoffe. Wir haben... Von was haben wir denn am wenigsten? Weiß nicht. Wir heben die noch mal auf. Wir heben die noch mal auf. Alles ist gut. So. Drehen wir mal. Dann kommen wahrscheinlich noch mehr jetzt. Ach guck mal, jetzt kommen wir erst da hoch. Ja, hab ich auch vorher nicht so ganz gecheckt. Das war's. Noch sind wir nicht sicher. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, wir gehen jetzt erstmal hier unseren Loot holen, oder? Die haben nichts verloren für uns. Ist ja ärgerlich. Oh ja! Nice. Nice, nice. Da können wir noch mal... Das machen. Sehr gut. So. Das passt uns. Ähm... Dann können wir wahrscheinlich noch mal auf die andere Seite. Ich sehe jetzt hier noch niemanden sich bewegen. Noch nicht. Haben wir? Nee. Wir haben das Rad nicht mitgenommen. Sollen wir das mitnehmen? Aber das letzte Mal haben wir es ja auch einfach wieder in die Tasche bekommen, ne? Och, ich... Können die mit diesem Gurgeln aufhören vielleicht? Das ist voll ekelhaft. Ähm... Wir können das nicht noch mal mitnehmen aktiv. Ich gucke mal. Hallo, können wir dich mitnehmen aktiv? Nein. Okay, dann ist da vorne anscheinend schon alles richtig, oder? Wir müssen erst wieder ein neues finden, oder? Ach Gottchen. Ach Gottchen! Hier ist Pampe. Aber noch mal Rohstoffe. Aber wieder die, die wir gar nicht brauchen. Aber es hat gespeichert, oder? So. Guck mal, das können wir drehen. Kommen wir da hoch? Hm. Da kommen wir... Da kommen wir... Doch, da kommen wir hoch. Alles klar. Aber warum... Warum geht sie da hoch? Warum geht sie da hoch? Warum... Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieso treffe ich denn niemanden? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, du hast es gleich. Oh hi. Wo ist sie eigentlich? Kommt sie grad wieder zu mir? Sie kommt wieder zu mir. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Kacke, sie ist da oben. Oh shit. Ja, das war's. Uff, okay. Wir hätten erstmal nochmal auf sie aufpassen müssen, offenbar. Upsala. Die gute liebe Ashley. Ach, haben wir sie gern. Ach, haben wir sie doch gern. Kann ich auch erst hier drehen? Sie kommt dann... Wo kommt sie denn eigentlich dann hin? Wo will sie denn hin? Dahin will sie gehen. Können wir erstmal hier drehen vielleicht? Dann können wir ihr vielleicht besser helfen. Oder? So, das bleibt jetzt so, ne? Das bleibt jetzt so. Okay, sie muss dann oben... Sie muss dann oben hin und ich muss sie beschützen. Dann machen wir uns nochmal... Pistolenmonie. Okay. Okay, okay. Okay, ich hoffe das reicht. Ähm, gut dann. Gehen wir mal wieder hoch. Oh, hm. Fünf Schießpulder war... Gab das ja... Aber gut, wir brauchen ja Rohstoffe. Ah. Das gibt ein Ding jetzt. Weil ich so gut zielen kann. Aber beim ersten Mal haben wir sie ja auch beschützen können. So, dann geh mal rüber. So, die sind ja nicht so schnell. Okay. Mach weiter, ich gebe Deckung. Okay, dann kommen die von da. Upsala. Upsala. So, jetzt kommen die von da. Das sind meine, ne? Die muss ich... Ich... Ach, komm schon. Ja, weil ich so viele Schüsse grad verbrauch. Oh, shit. Wieso setzt du dich da einfach hin? Kacke, Mann. Ich treffe halt nix, obwohl ich eigentlich treffen müsste. Okay, da kommen wieder welche zu mir. Ich hab nicht mehr viele Schüsse. Ich hab nicht mehr... viele Schüsse. Shit. Shit. Das wird laut. Mist. Das wird nix. Das war dumm von mir. Aber sie steht auf. Sie steht auf. Ich bin so gestresst. Ich bin so gestresst davon. Shit. Ach, kacke. Nee, nimmt es auch nicht. Okay. Komm zurück! Oh, Gott. Meine Nerven hier. Leute, macht das doch nicht. Komm. Komm schnell. Komm schnell, komm schnell. Ja, ich auch. Können wir weitergehen? Komm. Komm mit mir mit. Wir gehen. Wir gehen. Und dann will ich speichern. Weil das absolut schrecklich ist. Ich bin so geschwitzt. Das ist nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Die von so weit weg zu beschützen, passt mir nicht. Okay. Okay, weiter. Oh, süß. Wir kommen nach draußen. Okay, kurz atmen. Kurz, schön hier. Oh, hübsch sieht es hier aus. Wir genießen mal die Umgebung. Holen uns Munition. Toll. Erstmal nachladen. Wir können uns mal heilen, weil wir so viel Heilung haben. So, eine Heilung haben wir jetzt noch. Wir müssen uns mal wieder welche kaufen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich verbrauch so viel. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Wir kriegen gut Muni jetzt gerade wieder. Das finde ich gut. So, hier ist nichts mehr für uns. Wundert mich. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas für uns noch versteckt. Da müssen wir hoch. Wir müssen sie hoch. Okay, da ist niemand. Ja, du kannst einfach uns aufmachen, ohne dass dir was passiert, oder? Oh, können wir sie nicht langsam abliefern? Ich mag Leon, wenn er allein ist. Das ist sehr angenehm. Oh nein! Mach schnell die Tür auf. Oh, danke. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Ah, klingt nicht so. Ich glaube ihr nicht so ganz, muss ich sagen. Okay. Erstmal langsam vorsichtig umgucken. Noch sehe ich niemanden. Hm. Nein! Sorg dich lieber um dich selbst. Uff. Au. Oh oh. Lass das nicht umsonst gewesen sein, dass wir sie beschützt haben. Oh Gott sei Dank. Oh. Jetzt läuft sie wieder weg, oder? Ashley. Warte. Oh. Gib mir wenigstens mein Messer wieder. Shit. Ich hoffe, Louis findet sie und beschützt sie. Okay, wir haben das Kapitel beendet. Sehr gut. Ähm. Wir speichern erst mal. 46. Ähm. Ergebnis. Ja. Punkte. Wieder Silber. Sehr gut. Drei Tode. Wann waren wir denn gestorben? Ach so, wegen dem Maulwurf, ne? Der hat uns getötet. Ja. Ist aber okay. Ich glaube, wegen dem haben wir auch so wenig Genauigkeit. Und wegen dem, wo wir gerade Ashley beschützen müssten. Da war ich richtig kacke im Zielen. Aber ansonsten läuft's gut. Gehen wir mal weiter. Was ist kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte. Ach. Ich nicht. Basis. Ich verliere dich. Hörst du mich? A one? Un. 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 Ehh. Wo ist mein Messer? Hab ich mein Messer jetzt noch? Okay, ja, irgendwie schon. Dann war's anscheinend nur irgendein Messer. Ähm, ach guck mal da können wir-och. Oh, wir kommen von da. Das heißt? Ja, toll, Ashley,finder. Äh, das klingt nach viel Spaß. Können wir hier? Wir können hier her. Aber warum? Sollen wir hier Fischis fangen oder so? Ich habe keine Ahnung, was wir hier sollen. Wir können hier hin, aber irgendwie bringt es uns nichts. Okay, dann machen wir noch hier die Base kaputt. Pock. Puh. Und? Warte. Ich höre was. Ich höre was. Wo ist sie? Hier nicht. Vielleicht da oben irgendwo? Warte. Ich höre sie auf jeden Fall. Hier ist eine Statue. Hier ist ein Wackelkopf. Den höre ich von hier nicht mehr. Den höre ich von hier nicht mehr. Okay. Hä, wo ist sie denn? Oh, hi. Okay, das ist cool. Das, ähm, ja. Ich höre sie. Ihr hört sie auch, oder? Aber wo? Irgendwo da drüben. Vielleicht auch erst auf der anderen Seite, ne? Wenn wir da hinkommen. Ich schätze ja, wir kommen da irgendwo vorbei. Noch. Weil sonst, ich sehe sie nicht, die Figur. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Wahrscheinlich stand da irgendwie bei der Treppe. Ich sehe sie jetzt auch hier nirgendwo. Ich gucke nochmal genau. Aber ich höre sie ja auch erst aus der Richtung. Hier. Ich glaube, die ist hinter der Mauer. Ich weiß nicht, ob ich sie aus irgendeinem Winkel sehen können müsste. Was ist denn das? Komme ich wahrscheinlich auch erst drüben hin? Komme ich erst drüber hin, gell? Okay. Okay, bevor ich jetzt hier so lange rummache und eh nichts finde. Gehen wir erst mal hierher. Ja, schon. Wir haben Ashley verloren. Das ist richtig kacke. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, nur dich. So. Okay, was gibt es hier Neues zu tauschen? Was bist du denn? Okay. Ach, das war das hier mit? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Das ist blöd, dass man nicht sehen kann, was die drauf hat. Ärgerlich. Ärgerlich? Ähm, was ist denn hier neu? Ah! Eine Schutzweste, die den Träger vollständig vor einschlagenden Projektilen und Explosionen schützt, sowie in Nahkampfbegegnungen den Schaden reduziert. Die Haltbarkeit... Oh. Thank you! Ähm, ich würde gerne einen Heilspray haben, aber ich glaube... Wir machen das hier. Okay, da... Okay, das ist so gut. Gerade für mich ist das so gut. Okay, dann holen wir doch noch einen Heilspray. Einfach so. Bupp. Weil ich genug Kohle habe, offenbar. Wir können da noch mal einen verkaufen. Ach, guck mal. Wir können da jetzt zwei Rubine reinsetzen. Machen wir. Äh, äh, so. Dann können wir das Ding auch verkaufen. Für 13.000. Ja, klingt gut. Dann haben wir das weg. Pock. So. Wieso wird das so komisch angezeigt? Ach so, weil der zerkratzt ist. Okay, was macht man mit zerkratzten Smaragden? Kann man den? Ach so, man kann den einfach verkaufen. Ach so. Tschüss. Gut. Oh. Oh, ich habe das voll vergessen. Was war das denn jetzt für ein... Hä? Ihr habt das voll vergessen. Ich spare erst mal auf den Koffer. Juwel. Hä? Wann habe ich die Aufgabe bekommen? Ich erinnere mich nicht an diese Aufgabe. Egal. Wir haben sie abgeschlossen. Nice. Wir haben jetzt eine Weste an. Geil. Das war erfolgreich wieder heute. Bin ich sehr glücklich. Was heißt erfolgreich? Wir haben Ashley verloren. Aber die holen wir uns zurück. Und das versuchen wir in der nächsten Folge wieder. Und da sehen wir uns auch erst wieder. Ich danke allen fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.